Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen Tutorial. Heute möchte ich gerne ein Elektrotechnik Rezept mit euch teilen, was es einem sehr leicht macht, Aufgaben in dieser Art wie in diesem Beispiel hier angegeben zu lösen. Wir haben hier ein Lastwiderstand RV. Links davon befindet sich ein Netzwerk bestehend aus einer realen Stromquelle und einer realen Spannungsquelle. Gefragt ist danach, wie groß ist I1 und wie groß ist U1 und welche Leistung wird in dem RV umgesetzt. Also das Rezept ist also wie folgt. Ihr geht hin, nehmt den Lastwiderstand RV erstmal raus, ihr trennt ihn ab, dann bildet ihr bezüglich der Klemmen A und B eine Ersatzspannungsquelle und dann geht ihr hin und macht den RV wieder dran an die Klemmen A und B und könnt dann alle weiteren Fragen total einfach beantworten. Das gucken wir uns jetzt einmal im Detail an. Also Schritt Nummer eins des Rezeptes, den RV erstmal raustrennen. So, dann hängen die Klemmen A und B in der Luft. Dann gehen wir hin und bilden bezüglich der Klemmen A und B eine Ersatzspannungsquelle. Die Ersatzspannungsquelle ist also diese hier. Die besteht also aus der idealen Spannungsquelle und in Reihe dazu liegt dann der Innenwiderstand RI. Die Bildung der Ersatzspannungsquelle umfasst immer verschiedene Schritte und das sehen wir uns jetzt dann auch einmal im Detail an. Also hier die Bildung der Ersatzspannungsquelle. Dafür gibt es jetzt praktisch wieder ein eigenes Rezept und die Schritte sind eigentlich immer die gleichen. Das Rezept für die Bildung einer Ersatzspannungsquelle geht so. Schritt Nummer eins ist erstmal, dass man bezüglich der Klemmen A und B den Innenwiderstand dieses Netzwerkes bestimmt. Zweiter Schritt ist der, dass man bezüglich der Klemmen A und B die Leerlaufspannung UL bestimmt. Warum? Weil die Leerlaufspannung UL ist die gleiche wie die Spannung U0 der späteren, also zu bestimmenden Ersatzspannungsquelle. Zurück zu Schritt Nummer eins. Wenn man jetzt den Innenwiderstand AI bildet. Dazu lässt man also geistig gedanklich einen Strom in A reinfließen. Der fließt dann hier durch und bei B wieder raus. Bevor man das macht, schaltet man die Quellen alle aus. Das bedeutet für die Spannungsquelle, die Spannungsquelle hat ja ein Innenwiderstand gleich 0. Dann bleibt von der Spannungsquelle einfach nur ein Stück elektrische Leitung übrig. Und die ideale Stromquelle, die hat ja so wie das Symbol hier sagt, einen unendlich großen Innenwiderstand. Deswegen, wenn man die Stromquelle I ausschaltet, dann ist an der Stelle nichts. An der Stelle ist dann Luft. Also auf unserem Rezept hier, Spannungsquelle wird zu einem Stück elektrischer Leitung. Und die Stromquelle, wenn man sie ausknipst, dazwischen ist nichts. Da befindet sich Luft. Also der Widerstand ist dann unendlich groß. Also wo vorher hier die Spannungsquelle gewesen ist, ist dann eine elektrische Verbindung. Und wo vorher die Stromquelle gewesen ist, befindet sich nichts. Jetzt lassen wir zur Bestimmung des Innenwiderstandes I hier in Strom reinfließen. Aha, der fließt durch R gleich 20 Ohm, fließt dann hier entlang, so, so, so. Hier fließt der Strom wieder raus. Das heißt, der Strom sieht einen Innenwiderstand von 20 Ohm plus 20 Ohm geliehen. Also praktisch in Reihe. Summe ist also 40 Ohm. Damit haben wir hier schon mal Punkt 1 abgehakt. Wir haben also den Innenwiderstand bestimmt und können dann schon mal sagen, dass hier von unserer realen Spannungsquelle I beträgt 40 Ohm. Was wir jetzt noch brauchen, ist diese Spannung U0. Dafür schauen wir uns nochmal hier wieder das originäre Netzwerk an. Also jetzt muss man natürlich die Strom- und Spannungsquelle wieder anschalten. Und da sehen wir, dass es Sinn macht, diese reale Stromquelle in eine reale Spannungsquelle umzuwandeln. Warum? Weil wir dann zwei Spannungsquellen vorliegen haben, die in Reihe liegen, also in Serie. Und die kann man dann einfach addieren. Also man kann dann die Spannungen der jeweils einzelnen Quellen addieren und die beiden Widerstände, die dann ja in Reihe liegen. Also wir wandeln diese reale Stromquelle um in diese reale Spannungsquelle. Wichtig sind dabei zwei Dinge. Einmal der Innenwiderstand bleibt gleich, also der R gleich 20 Ohm. Vorher lag er parallel zu der idealen Stromquelle. Jetzt liegt er in Reihe zu der neu zu bildenden Spannungsquelle. Der Pfeil, die Pfeilrichtung von UQ1, also von der neu gebildeten Spannungsquelle, ist entgegengesetzt zu der Stromrichtung, hier der Strom, der aus der Stromquelle rauskommt. Die Umrechnungsformel hier von dem Strom auf die Spannung ist UQ1 gleich R mal I 0 1, also in diesem Fall 160 Volt. Was haben wir nun? Wir haben also diese Quelle hier 240 Volt plus diese Quelle, die können wir einfach addieren, weil sie in Serie liegen. Also nur dann darf man das tun, also nie bei parallelen Spannungsquellen. Und dann bekommen wir 240 Volt plus 160 Volt gibt 400 Volt. So wir hatten hier bei unserem Rezept gesagt, dass wir hier die Leerlaufspannung U0 bestimmen müssen, weil unser U0 der zu bildenden Ersatzspannungsquelle ist genauso groß wie die Leerlaufspannung der originären Quelle. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil ja beide Quellen, also die Ersatzspannungsquelle und die originäre Quellenschaltung, beide müssen ja bezüglich der Klemmen A und B elektrisch äquivalent sein. Deswegen machen wir ja das Ganze. Das heißt, wenn diese Ersatzspannungsquelle im Leerlauf läuft, muss die Leerlaufspannung genauso groß sein wie die Leerlaufspannung an der Stelle, weil sonst wären ja die beiden Schaltungen nicht bezüglich der Klemmen elektrisch äquivalent. Wir hatten ja vorhin gesehen, dass die Summe der beiden einzelnen Spannungsquellen ist 400 Volt. Und in diesem Fall ist das jetzt so, das ist jetzt zufällig so, dass wir jetzt ja hier schon dadurch eine reale Spannungsquelle, also eine Ersatzspannungsquelle vorliegen haben, die vom Aufbau her identisch ist mit dem hier, was wir also vorhatten zu bilden. Deswegen brauchen wir jetzt hier in diesem Fall nicht extra die Leerlaufspannung bilden, weil wir haben hier ja schon eine Quelle, eine ideale Spannungsquelle mit U0 gleich 400 Volt. Können wir das also hier dran schreiben, U0 gleich 400 Volt. Dann ist hier der Widerstand RI, der liegt genau wie hier in Reihe und da hatten wir ja bereits ermittelt, dass die beiden Widerstände, die vorher in Reihe lagen, geben von der Summe her ein Widerstand von 40 Ohm und deswegen entspricht das hier dem Innenwiderstand RI. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Leerlaufspannung, wenn man sie bestimmen wollen würde, wenn wir hier die Leerlaufspannung messen würden, zwischen A und B befindet sich kein Widerstand, also nur Luft. Es fließt also kein Strom. Wir haben dann keinen geschlossenen Stromkreis. Das heißt, es fließt kein Strom in den Widerstand hinein. Deswegen fällt über diesen Widerstand keine Spannung ab. Das heißt, die Spannung, die von hier bis hier messbar wäre, ist genauso groß wie die Spannung, die von hier bis hier durch die Spannungsquelle generiert wird. Also die Leerlaufspannung UL wäre genauso groß wie U0, nämlich 400 Volt. Und damit ist jetzt diese Aufgabe soweit von der Ersatzspannungsquelle her erstmal vollständig gelöst. So, das war jetzt eigentlich die meiste Arbeit. Jetzt können wir also hingehen gemäß unserem ersten Rezept und machen jetzt an die Klemmen A und B den Lastwiderstand RV wieder dran. So, vorher hatten wir also hier unsere Ersatzspannungsquelle und nach unserem schönen Rezept hier, Punkt 3, machen wir RV wieder an die Klemmen A und B dran. Jetzt können wir die Fragen bezüglich I1 und U1 beantworten. U machen wir mit Ohmschen Gesetz, U gleich R mal I. Die Leistung mit P gleich U mal I. Wir stellen dann hier für I1 das Ohmsche Gesetz nach I um. Im Nenner steht dann RI plus RV. Warum? Weil der Strom fließt durch RI und dann fließt er durch RV. Also wir haben hier einen geschlossenen Stromkreis. Der Strom sieht also die Summe aus AI und RV. Deswegen haben wir dann für I1 gleich 400 Volt durch 70 Ohm gibt einen Strom von 5,71 Ampere. Die Spannung U1, die über dem Widerstand RV abfällt, berechnen wir mit dem Ohmschen Gesetz. Also U1 gleich RV mal I1. I1 fließt in den RV rein, ist also gleich 30 Ohm mal 5,71 Ampere. Gibt einen Spannungsabfall U1 von 171,3 Volt. Im letzten Schritt ermitteln wir dann die Leistung, die in RV umgesetzt wird. P ist ja gleich U mal I. Jetzt kann man darin das Ohmsche Gesetz einsetzen. Einmal nach I umgestellt, einmal nach U. Das führt dann zu den beiden Ausdrücken P gleich I Quadrat mal R oder gleich U Quadrat durch RV. Man guckt dann immer, was man für zwei Werte bereits schon vorliegen hat, dass man nicht noch extra einen dritten Wert ausrechnen muss. In unserem Fall haben wir eigentlich alle drei. Wir haben U, I und R. Das heißt, mit irgendeiner dieser drei Ausdrücke berechnen wir jetzt die Leistung, die in RV umgesetzt wird. Und da kommen wir in diesem Fall auf 978,12 Watt.